Strahlfäule. Bekämpfen, vermeiden, Ursachen erkennen. Dass dieser Huf Strahlfäule hat, das sieht man schon auf den ersten Blick an der bis oben öffnen Strahlfurche zwischen den Ballen. Enge Hufe neigen zu Strahlfäule, erstens weil das Strahlpolster zwischen den Trachten eingeklemmt wird und zweitens ist der Strahl sehr weit vom Boden entfernt. Achten Sie einmal hier bei dieser Aufnahme auf die mittlere Strahlfurche und vor allem darauf die Ballen, wie die sich gegeneinander bewegen, wenn das Pferd die Belastung wechselt. Das würden Sie nicht tun, wenn der Strahl in Ordnung wäre. Bevor wir die Ursachen der Strahlfäule erforschen, möchte ich Ihnen erst einmal eine gute Methode zeigen, wie man vorhandene Strahlfäule wirksam bekämpfen kann. Dazu reinigen Sie den Hof erst einmal gründlich von unten. Das sollten Sie optimalerweise sowieso zweimal am Tag machen, nämlich erstens bevor Sie das Pferd auf die Weide stellen und zweitens nachdem Sie das Pferd von der Weide geholt haben. Bevor Sie das Pferd auf die Weide stellen deswegen, damit nicht den ganzen Tag Reste von Mist auf den Hof einwirken können. Nehmen Sie nun eine Kompresse, legen Sie um einen Holzspatel oder einen Eisstiel. Wickeln Sie darum, um die mittlere Strahlfurche gründlich reinigen zu können. Dies ist ein sehr wichtiger Teil der Prozedur und Sie sollten das unbedingt sehr, sehr gründlich machen. Und seien Sie dabei nicht zu vorsichtig. Wenn einmal ein bisschen Blut an der Kompresse sein sollte, dann zeigt das nur, dass die Strahllederhaut schon frei liegt, also die Vollnis sehr weit fortgeschritten ist und eine Behandlung umso wichtiger und dringend notwendig ist. Schauen Sie mal, wie viel Schmutz man noch aus der mittleren Strahlfurche rausholt, wenn man sehr gründlich mit dem Holzspatel und der Kompresse arbeitet. Je gründlicher Sie hier vorgehen, desto eher wird sich der Erfolg einstellen. Nehmen Sie nun eine geeignete Tinktur und träufeln Sie in die mittlere Strahlfurche hinein, damit sie ganz bis unten durchkommt. Ich nehme natürlich am liebsten meine eigene Hippophil-Mürren-Strahltinktur. Mürre schützt das Horn sehr gut vor Fäulnis. Warum Zahnpasta und Mundwasser nicht gut helfen, das lesen Sie am besten in dem verlinkten Artikel nach. Nun kommt der wichtigste Teil der Prozedur. Nehmen Sie dazu am besten eine Kompresse, falten Sie etwas auseinander und klappen Sie einmal längs zusammen. Jetzt wird es etwas knifflig. Nehmen Sie einen Holzspatel oder den Hufkratzer und versuchen Sie, so viel wie möglich von der Kompresse hier in die mittlere Strahlfurche zu pressen. Die Huflederhäute, also auch die Strahllederhaut, funktionieren am besten mit einer gewissen Menge Druck. Bei zu viel oder zu wenig Druck produzieren Sie nicht so viel oder ungenügendes Torn. Also ganz wichtig, ordentlich drücken, auch wenn das Pferd manchmal das Bein wegzieht, weil es natürlich unangenehm, aber nicht unbedingt schmerzhaft ist. Wenn die mittlere Strahlfurche nicht so tief ist oder nicht mehr so tief, dass die Kompresse gut hält, dann können Sie auch Watte benutzen. Wenn Sie nichts mehr weiter von der Kompresse hineinbekommen, dann ziehen Sie die ein Stückchen wieder raus, schneiden den Rest ab und stopfen das heraushängende Stück gut wieder fest. Jetzt haben Sie nicht nur genug Druck aufgebaut für die Strahllederhaut, damit sie vernünftiges Horn produziert, sondern Sie haben auch noch eine Barriere geschaffen für Schmutz und Mist, der nicht mehr so leicht in die mittlere Strahlfurche eindringen kann. Um den Schutz zu vervollständigen, tränken Sie jetzt noch die Mullkompresse oder die Watte, je nachdem, was Sie genommen haben, gründlich mit einer geeigneten Tinktur. Ich nehme natürlich auch hier wieder meine Hippophil-Mürrenstrahltinktur, die das Horn sehr gut vor Vorhines schützen kann. Sie sollen die Kompresse gut tränken, aber seien Sie auch nicht zu verschwenderisch mit der Tinktur, denn nur das, was von dem Mull aufgesaugt wird, ist auch wirklich hilfreich. Wenn Sie die hier verwendeten Materialien käuflich erwerben möchten, dann geht das auf hipophil.de zum Beispiel in Form dieses Sets. Neben engen Hufen ist die häufigste Ursache für Strahlfäule eine nicht saubere Box. Versuchen Sie also, die Boxenhygiene möglichst zu optimieren. Aber auch ein unsauberer Paddock trägt natürlich dazu bei, dass ein Pferd Strahlfäule bekommt, zumal die Pferde im Winter dort häufig längere Zeit zubringen. Mangelnde Hufflege ist natürlich auch eine Ursache und kann leicht abgestellt werden. Warum bekommt aber nun ein Pferd Strahlfäule, weil es in einer schmutzigen Strohbox oder auf einem unsauberen Paddock steht? Das liegt vor allem am Ammoniak. Der entsteht, wenn Bakterien den Harnstoff zersetzen, der im Pferdeurin enthalten ist. Das Gas können Sie nicht sehen, aber riechen. Es löst sich sehr leicht in Wasser und Feuchtigkeit und bildet dann eine starke Lauge, die sehr schädlich für das Horn ist. Den pH-Wert von Einstreu und Boden kann man mit solch einem Boden-pH-Meter messen. Wie zum Beispiel hier auf einem Paddock, der zwar ziemlich feucht und kontaminiert aussah, der aber einen schönen neutralen pH-Wert hatte. Ganz anders sieht das auf vielen Paddocks aus, die mir im Laufe der Jahre so begegnet sind. Da kommt das Pferd dann auf den Sandpaddock, damit es nicht in der Box steht und Strahlfäule bekommt, aber der Paddock tut dann sein Übriges. Nach meiner Erfahrung ab pH 8,5 spätestens wird es gefährlich für den Strahl. Beim Umgang mit meinem pH-Messgerät ist mir oft aufgefallen, dass es schon anfängt auszuschlagen, wenn man nur den Stall betritt. Das liegt daran, dass das Ammoniakgas, was in der Stallluft vorhanden ist, sich in der Feuchtigkeit der Elektrode löst und hier eine Lauge bildet. Das passiert natürlich auch in den Lungenbläschen ihres Pferdes, wenn viel Ammoniak in der Stallluft vorhanden ist. Die Stallluft reicht hier immerhin für einen pH-Wert von 8,2, während in der Einstreu hier bis zu 9,5 zu messen waren. Umfangreichere Informationen zu diesem ganzen Themenkomplex finden Sie auf meiner Website hipophil.de unter Basiswissen Strahlfäule. Die Methode, die ich Ihnen hier vorgestellt habe, habe ich es dort auch noch einmal ganz genau erklärt und Sie bekommen auch weitere Hinweise zu den Ursachen. Wenn Sie sich für die Produkte interessieren, also die Hippophil-Mürren-Strahltinktur oder das strahlvolle Weckset, klicken Sie nur auf die Bilder und Sie gelangen zu der Shop-Seite, wo Sie alles sich nochmal in Ruhe anschauen und gegebenenfalls auch erwerben können. Sie sind herzlich eingeladen, sich auf meiner Webseite umzuschauen und zum Beispiel mit mir auf die Reise zur Hufrolle zu gehen. Dort lernen Sie anhand einer 3D-Animation, wie es im Huf so aussieht. Oder Sie lernen, wie Sie mit einfachen Haushaltswerkzeugen ein Hufeisen notfalls auch mal selber abnehmen können. Auf Wiedersehen auf Hippophil.de